Willkommen zurück bei Z-Guides, das ist das 74. Suche bei der Jungen. Das Video dazu. Wir befinden uns ganz in der Nähe von dem letzten Video der Trevomine. Den Haupteingang, den ich jetzt einfach mal. Das ist im Westen von der Hauptstadt Wernwürf. Hier hinaus, hier runter, den ganzen Weg nach oben. Da stoßt ihr auf ein Lager, da kommt euch ein Stein entgegen gerollt. Da drin sind halt ein paar Menschen. Und das erste was man sieht, wenn man hier in das Lager hineinkommt. Ich bin im Dunkeln hier angekommen. Oben auf dem Dach ist ein Zurimmel der Jungen. Jetzt sieht man es gar nicht. Naja, hier über mir, über meinem Kopf. So. Ich möchte jetzt nicht nur mit Levitation hochklettern, deswegen zeige ich den normalen Weg hier hoch. Okay, jetzt, jetzt, komm, jetzt nutze ich trotzdem die Levitation. Haha. Ah, schön. Oh nein, hier, hier geht's nochmal hoch. Genau. Spring hier rüber. Fall nicht ins Loch. Sondern hier rüber. Und hier liegt's schon. Suche mal der Junge. Ich glaube, 74 müsste es gewesen sein. Und zwar befinde ich mich exakt hier. Ja. Das war's doch schon. Danke fürs Zusehen. Lass ein Abo da um nichts zu verpassen. Habe rein. Ciao, ciao. Bei. Bei.